Ich hole etwas zurück. Mein späterer Mann, der war auch ein Deserteur, der ist nachher auf Urlaub gekommen, im Juli 1944, war zu Hause und steht zurück. Er hat sich dann da abgemeldet, nach Klagenfurt gefahren und von dort nicht zum Zug, sondern wieder in der Nacht, hat sich da versteckt bei einem Nachbar, wo schon einer, der auch zu Hause geblieben ist, von der Wehrmacht. Dort haben sie dann einen Bunker gemacht und dort drin waren sie bis je nach 1945. Das war eigentlich auch ein Widerständler.